Hey, und willkommen bei der Runde LOL! Ihr müsst mal Items kaufen, ich stell euch gleich vor. Erstmal Items kaufen. Das geht schon abfangen, das ist auch scheiße. Ja, ist egal, egal. Also für Botlane, ich als Blitzcrank, dann Destroyer als Draven, dann im Jungle Pantheon und auf der Toplane Chex und in der Mitte Z und go, go, go! Fackt einen Noob, Alter, aber nicht. Das ist ganz alt, der Maul. So, es ist easy game hier. Ihr dürft ruhig nach Z, egal. Der Checkskin ist nice, Mann. Ja, wird schüchtern. Ja, ich finde Nacht ziemlich geil, der Checkskin. Das ist ein Finger, Mann, ne Pink Tier. Hallo, Nia! Fuck, die Nerds gleich die neue Skins gekäfft. So, jetzt zeige ich mal meine krasse Ward-Position hier. Np. Dead Ward! Ich habe mir eigentlich schon eine laggekillt, Blue. Naja. Wir möchten aber natürlich hier nicht die Elos der Heimlichen von den O mitspielen, oder? Die was? Die was? Die Elend. Die Elend. Die Elend. 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 Loll. Aber ja, was? Loll macht die Frage. Marc, pass auf, die macht Schaden. Ja, es stirbt! Stirb! Der Streamer der Graz, oder der YouTuber, der Gott herumschreut. Ich glaube, meine Maus hört mal übel in der Aufnahme, und das ist viel zu krass, Mann. Das ist viel zu krass. Das ist doch. Fotze! Oh mein Gott, die macht so viel Schaden! Ja, aber sie sind ja nicht so gescheit angreifend. Nein. Nee, ich hatte meine eh noch nicht. Ey, ihr passt jetzt. Chillt kurz auf der Boat Lane nach dem Red Buff komisch, okay? Marc, stop pushing, please. Ja, ja. Bildsch kannst du aber auf Turb kümmern, gell? Ja, aber ich bin grad so weit weg vom Turb. Bronze Spieler braucht Hilfe. Schade, Paul, ey. Bronze Spieler, Probleme? Ja, die Kelting ist bloß Dia, schon ist jetzt alles easy. Was? Ja, dann ist nur Uppass natürlich nicht zählt, ne? Also, Dia hat sich zweimal ins Hook gelassen von mir, also... Du bist ja der beste Bitstream, EU. Ja, das sagt der Minion. Ja, das sagt der Minion, bevor sie mich sehen. Warten kurz mal, dann macht ihn kaputt, bitte. Digga. Ja, danke. Werte, ob die hier drin geworden sind, ne? Nrgh! Leute? Okay, jetzt ist es egal. Weg! Weg! Ich sterben! Juhu, ich kann weg! Ich hab nix, Mann! Du macht fuck nicht viel Schaden, Mann! Ihr habt bestimmt OP-Rohnen. Schuhe! Lalalalalalalala! Vorher schon ein bisschen Energie. Pascht gar nix. Wum geh, ist so ne OP, Mann! Komm, 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 komm! Ne, Mann! Ne, wie ich noch nen Auto-Attack auf mich kriegt, Alter! Loll! Mit-Mit-Feed! Push einfach die Wave durch! Loll, Marc, Alter, du bist so halbtot, Mann! Ja, chill immer! Gut, chill! Chill your life, Junge! Push den nirn, den Tower-Crabber, dann haben wir gewonnen! Ganzige Gamer, dann haben wir gewonnen! Hotlane, win! One all the game! By one! Amazing! Wenn ich eigentlich nicht den Motor durchpuzzeln, dann muss ich noch sehen. Hm, so scheiße! x1 x2 x2 x1 x2 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 x5 x2 x2 x7 x 8 x4 x2 x2 ich hab gerade gemerkt was ich mit dem Dschungel gecaft hat, Dorons Klinge, was ist denn los mit ihm? oh ok, ich hab' den Swank-Kickes, oder man? komm gleich top, ok? also bitte jetzt nehm' ich fighte die Shyvana, sonst mach' ich dich kaputt tut 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 wenn die eigentlich Aranga die Dach so eng, ne? also los, erst nicht kämpfen ja, ich kann wieder weg lol, Mark hat'n Lasse verpasst fuck cool hm möchte noch jemand grüßen? den Mario? und nochmal den Mario? so aufpassen nicht, weg 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 ich spring gleich in der Tower obo zierst, und dann, äh, machst du Flasher das so? ja gut ich zeig dir ne Flash-Künste, Sir, und ich guck dir zu, Mann be bro bro wenn der gesprung kommt, flash dich weg, das ist ganz wichtig, in meine Richtung und eh nix sprung, ne? na, scheinbar nix aber, ah, ah, ich sag' immer dann auch mal rein aber eh anmachen und flashen, aller wie wichtigste was? eh anmachen und flashen whym sind die eigentlich die, Armin, was, was, hier ist keiner von uns, die, warum sind die dir? Ah, große, 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 ihr ah, okay jetzt eh, es ist Silber, Silber ist neid ihr ohne Abfahrtiger Auf jeden Fall, Mann. Ah, das ist knapp, Mann. Schade, Mann. Das war echt eng. Aber es war richtig gemacht von dir. Ähm... R-Shake-Stack-Hull oder... Ne, ne, das weiß ich nicht. R-Splinge bis gestützten Tönig. Klar. Eugler-Skunden, 50 Minuten. Fall, Mann. Das war ein bisschen in-game. Small. Boah. Bäh. Wie sieht's aus? Schallgut, Mann. 2-2. Jungler-Doublekill ist, ja. Also, 2-Kills. Ne, ich hab auch einer. Ja, 2-Kills, Mann. Ja, 2-Kills, Mann, halt. Oh, der berühmt man schon ziemlich, Mann. Ach, sorry. Allein die Awards, oder was? Du, mich am Arschlecken. Leute, ich spring gleich meine Ult noch ohne, gell? Ja, okay. Wichtig ist dann, dass der Blitzdrank reinrennt und ultet. Ich hab keinen Ult. Ich hab keinen Ult. Ich hab noch nicht die Erschnecke. Obwohl das sie mitnommen. Ich bin nicht, Mann. 5, Mann. Jungler. Na, ich geh einfach B, halt einfach kurz. Ne, ich möchte halt mich drunter spielen. Ja, was? Nate, halt, halt auch sein Ding, ey. Da ist halt ein kleinerEN Dinger, ey. Ne. Oh, nah. Fuck, alter. Versuch's, 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 versuch's. Versuch's! Es ist eh auch geschafft, äh, okay, SS, Leute, mit. ähm, kannst du mal kurz ja, Mitte ist Base gegangen komm mal jetzt ja, okay, ich kann spiegel nach Red buffen, dann geht es ab okay, bleib, du kannst einfach reinrennen und die Ding hochschlagen und Ulti machen davor, warte noch kurz, aber ich hab keine Ulti, immer noch nicht ja, okay, dann schlagst du noch hoch und wann hast du Ulti? ja, du brauchst noch ein komplettes Level komm, mach, Rona Mitte ist Base, du weißt da ist, ja, ist wieder da wir gehen einfach gleich auf die Cade ja ich bin jetzt so Blitzbank, renn auf die Ding drauf ja, geht ruf, geht ruf, boah, schöne Ulti nee, fucking Trap, Mann schön ja, ich muss Mitte weg, Leute ich bin jetzt gerade gestorben nein, bin ich nicht OP Blitzcrank mach die Minions und dann geh du auch weg, bitte so, ich weiß, das ist der Regengas-Bot dreh ja, Mann, wir können einen Tower und der Tower ist so low und ich lapere, ne? ist es okay, dass das steht, Mann das ist doch gut, Mann wieso, dann könnten wir auch einen Hunden auf Ganken ja, wieso, verpasst ihr einfach ja, genau Koko wenn du sagst Tannen Naja, Man Oper dann ist er jetzt voll ja oh ich dachte auch noch konnten wir sage auch nicht w PlayStation 11 tut 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 du hab zurück mich hinter conduct odie Thumbnail, 어머 wofür ja warum nicht so ein bürger ich mach doch mal ein screenshot vom ladebildschirm doch haben wir alle die grenzen kürzer auf dort kommen auch nach unten was soll denn der menschmann und auch für die kürz und kosten und dann ist Neee! Fuck, man. F*** mich einfach in Marona, man. Ich gucke, dass ich irgendwo gank a-kill. Wir machen das gleich noch. Warum bist du auf deine Lane, Blitzcrank? Ich will dir helfen. Bring jetzt klein noch ohne. Aber Blitzcrank, du musst ein bisschen Action machen, zwar auf sie. Kaka. Ah, warte noch, warte noch, warte noch. Das ist faulste Sache. Man, ich halte Stress. Oh, oh. Komm auch jetzt. Ja, warte kurz, bis du flotern in den Nähe ist. Oh, nein. Ja, egal, ich bin... Gucken doch, mach jetzt Ulti. Oh nein, brauch schon nicht mehr Ulti. Ich bin halt noch ein bisschen weit. Du musst halt gleich die Zeit... Alter, nein, Mann. Ich bin da, ich bin da, ich bin da. Ich ulti jetzt einfach, komm. Ich hab jetzt nicht gewusst, ob ich die sonst krieg. Oh, nice. Du sieg verarsche? Oh, Mann. Können wir Dragon machen? Ja, ne? Ich mach dann auch noch Dragon. Danke, Paul, das war nicht schlecht. Also die Wettbewerb. Sorry. Komm mal bitte, Hunger für Dragon, ja. Dragon noch bitte, AD Carry bitte. Ja. Du bist weg, gell? Tops. 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 Und weh, Shyvana OP, Mann. Der Leber hat die 1500. Achtung, wenn die Leblanc dann noch kommt, block. Mhm. Gewalt. Na gut, Botlane brauche ich jetzt auch nicht mitzugehen. Da ist die Leblanc. Lass gucken. Ja, aber ich hab kein Ulti und ohne Ult, naja. Kann ich jetzt nicht zur Ordnung für machen. Ja, stimmt so. Was? Wollen wir's Mitte pushen? Dex, ich komm gleich nochmal top, okay? Ja. Ja und? Töten wir so. Easy going. Ich hab kein Ult, ich mach gar nichts. Ja und? Gut, dann gehe ich top later. Woher hat die einen Red Buff? Oh, da ist ein Pinker. Pinker Walk, zerstören. Bats. Gleich hab ich 30 Gold, Mann. So, jetzt bin ich rich. Was machst du eigentlich Blitzcrank? Warum soll ich Botlane? Die Botlane ist rausgepusht. Mein ADC ist überhaupt kein Bot. Ja und, aber jetzt machen sie das. Uwe, dass man denen jetzt nicht einfach Tower so gönlein ist schlecht. Wenn ich unten stehe, da sterbe ich eher. Dann kann ich den Tower auch nicht alleine halten. Ja, aber ich kann jetzt nicht mehr halten. Noch nicht. Nope. Das ist halt langweilig die ganze Zeit Bot zu sein, Mann. Da hab ich nichts zu tun. Ne, du hättest zweimal beide gekillt, das war saugut. So kommt die Blanc. So bist du weg, gell? Wo ist denn? Die geht Richtung noch ohne, Draven. Abfahrt, Abfahrt. Push einfach, gucken da ist noch nichts. Oder ne, ich kann wo, ne. Schöne sie, schöne sie. Ulte. Rengar ist top, gell. Oh, nice. Schöner Hust. Ich bin mir nur sitzen bei euch 14, oder? Also 15, ey. Ist echt grad gehealt? Ja, why not? Weil du den Spell aufheben kannst im Kampf. Egal. Wir haben zweimal heal. Das macht alles viel besser irgendwie, ne. Das wäre Head Double Heal. Ja, das geht nicht. Jetzt haben wir hier nur noch einen, weil ich meinen benutzt habe. Ja. Ich hab meine Nachhilfe. Au, kack, Muun. Lol, haben die Minions was überm Kopf, wenn sie dich... Ach du Scheiße. Wenn sie dich entdecken. So über Pokémon, dann. Nein, 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 nein. Als ich grad aus dem Glas rausgelaufen bin, hatte der Minion so drei, drei Dinger überm Kopf. Ja, das war ja. Voll lustig, wie bei Pokémon, wenn die Pokémon-Träger nicht entdecken. Ja, mit. Ja, mit. Ist ja so. Ah, lecker. Das war schließlich von dem Scheiß. Das war ja. Das war doch nicht wirklich. viel gemacht, oder? Ja, doch. Der war schon drei, vier mal auf Top. Oh, das Ding hat halt noch keinen Hands-V-Kill. Äh, hätte ich noch mehr. Kämpfe mit ihren, Kämpfe mit ihren, Kämpfe mit ihren, Payt ihr Ult hier raus, Jack. Ja, brauchst du halt auf jeden Fall die Stacks, Mann. Wenn ich jetzt sterbe, ist der Scheiße. Geh dein EU, geh dein EU. Kämpfe, kämpfe ruhig, fighten. Ah, Renga, steh. Sind die dann weg, die Stacks? Äh, ich glaub' nur noch die Hälfte, du. Ja, kein Kämpfe, doch weiter komm' ich mir drauf. So war Renga, hinhergesehen? Ja, ja, ja. Das hat sie immer grad weg. A, so ist ein Trauer, ist wohl. Na, die bringt es nämlich gleich weg mit ihrer Ult. Ja, die helft, weil die Ult will ich rausgeblade habe. Das ist Mitte. Ah, okay. Wo war der? War ja Mitte. Ja. Wir könnten unten die Catelyn töten, die- äh, so, das Ding ist und es ist grad weg. Obwohl, nee, die ist wieder da, verdammt. Fixe, 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 fixe. Renga, äh, la, ich bin tot. A, la, ich bin tot. Ähm. Achtung, mal, Track, da hinten war der Ding ist, da hinten war der Ding ist. Ah, kommst du, das Ding! 1854 von den ihren Flumen Achso, kann sein... Jawohl, die hab ich, die hab ich Komm mal, komm mal, komm mal Ich probier dann der Ryo, stell dich 100% probiert, ja Mach doch Flash, also kein Flash Erich Oh Gott Ja, der Flash war nicht zu spät Ja, der Flash war nicht zu spät Warum flasht du nicht früher? Ah, hatte ich nicht früher Kann ich nix machen Leblanc hat gerade ihren Dash über die Flumauer kreilt Ich glaub, ich geh mal zurück Alles zu Jus Blitzcrank, Remotivrufse Wie soll ich mit der hinterher? Da hab ich noch irgendwo, äh, Leblanc Ja, Leblanc ist mittel Hast du's zu töten? Ah, ja, klar Ich hab mir noch kein Schuh gekauft Nicht ohne Schuh, oder? Kev da Lever, Ding Ist besser Achso, du kevst stattdann Und dann Hexte Hä? Kev da Lever, Trinity Echt? Ja, ist besser Ja, okay Ulte, Ulte ist wichtig Ah, fuck Warte Ja, wenn die zwei muss Mir kann aber jetzt Wie viel AP jetzt noch grad? Ich hab's nicht geguckt Naja, genug, genug Egal, die können wir schon greifen, doch Da war der Die Botlaner, denk ich zu euch Ja, und die Botlaner Ja, dann lassen Lever Na, da war was Na, das ist doch top Weil Pushe Ja, geh mal top, geh Ja, geh mal top Mark steht bei mir 0-0-5 Ja, juba Bei mir Hab noch kein Ulti, hast'n C-Sekunde Wie steht's bei euch? Na, die Double Life-Z gekauft Kannst weiter puto Draven, oder wir campen was ab? Auf geht's, rein, 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 rein Blush up Nein Na, die Spiele ist einfach weg Ah, nein, das hab' ich nicht sehen Schön Ist das hier auf die 40? Ja, gut Äh, ich hab' schon wieder kein King Aufmachen, den Tower Oh, nee, weg, 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 hau doch einfach Oh, ich bin zu müde Lol, was war denn das für eine Ulti von Ler Man lädt sich das ab in die Schlacht, Mann Lol Ja, man geht ja, geil Lop, 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 Lop Buh, man, guck mal, alter Good Job, man Mann, noch den Tower, mach'n Ja, die geht der Lerde Die gehen dragen, die gehen dragen, Leute, bitte Ja, dann pushen wir, wir müssen jetzt top top Kanara, Huna, Teleporter Nee, ich hab' gebraucht Ja, wir machen den Tower, oder wir probieren zumindest Ich hätte weitergemacht. Ja, ein bisschen hätte ich auch noch weitergemacht. Ja, das ist doch echt.